Boah, jetzt Mortal Kombat, da freue ich mich. Das wird geil in Mortal Kombat. Das sind schon coole Spiele, muss sagen. Gibt es auch Challenges bei Mortal Kombat? Ernsthaft? Was? Willst du jetzt auch noch Challenges bei Mortal Kombat? Aber erstmal normalen Kampf, lass mich erstmal normal kämpfen. Ich habe das ja noch nicht gekämpft, gespielt. Was machst du? Titel abschreiben, weil wir spielen ja jetzt kein Wrestling mehr, ne? Ach so. So. Leute, jetzt gibt es Mortal Kombat X. Kampagne oder so geht nicht zusammen, ne? Nein. Na, ein Stößchen. So, verhältnismäßig lang an dem Scheißbier gebraucht. Ja, du? Ja, sind so mitgerissen. Ja, der wird größer. Wieso? Ja, ist ja auch. Halb drei ist ja... Nicht alle sind immer bis in der Nacht wach, ne? Ne, bei uns auch. Aber wir... Ach so. Ja, ich... Wir pushen uns gleich wieder auf, wenn es beim Mortal Kombat losgeht, ne? Du siehst so fettig aus. Ja, ich bin doch jetzt gerade... Irgendwie hab ich gerade... Boah. Willst du euch den Kaffee machen? Ne. Willst du euch den 2-Kaffee machen? Willst du euch den Red Bull holen? Du erhältst 3000 Gold, ne? Willst du ein Red Bull? Kannst du eine Fraktion auswählen, ja. Willst du ein Bulle sein? Nee, kann ich mir noch nicht. Willst du ein Red Bull? Was steht da? Fitta, bitte. Fitta, bitte. Fitta, bitte. Ah, Leute. Wir machen noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Seid mit dabei. Hau mal noch mal ordentliche Matches raus hier. Werde ich wahrscheinlich jetzt voll losen. Ich hab gar keine... Ich hab's noch nicht gespielt. Kann ich mich hier einklingen? Was muss ich drücken? Steht doch da, Jonas. X. Hab ich. Komm mal. Da. Geil. Ich guck mir erst mal die Charaktere alle an. Ich nehm Koro. Der hat sicher einer gewünscht, ne? Boah, der sieht geil aus. Was ist das hier für'n Unterschied? Diese, diese, äh... Wähle, die Variante? So. Wähle. 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 Was ist hier? Kannst mir irgendwas sagen darüber? Was ist hier schon gespielt? Was hab ich hier? Was ist hier? Kasten drücken. Kasten drücken. Kasten drücken. Kasten drücken. Kasten drücken. auch hier vorne links unten oder sowas. Na ja der will nicht abzappen. Was schüttern. Tja. Klipp die Hucke voll. So, bei mir ist es nah mit Viereck und... Ist das die Tasten hier zum Spielen? Kannst du ja. Guck den für dich an. Wo ist der? Entweder bist du nah mit Viereck, also musst du R2 halten und dann Viereck drücken, oder auch nah, R2 und 3. Aber R2 gedrückt halten immer, ne? R2 gedrückt halten und Dreieck oder Viereck halt. Ich muss mittel oder nah, okay. Das ist cool. Ich glaube, du musst da nochmal gucken, wie ich das kenne. Wo, Vos Jason. Scheiße. Völf. 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 Wo gibt es einen Blockstasten? Gibt es gar nicht, ne? Ähm, Abstand. Ja. Schöne. Ja. 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 Jörg. Ja! Ja. Das ist Wahnsinn! Ich hab keine Ahnung was ich mache. Ich drücke an. Man! Oh, 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 oh! Willst du tot? Scheiße! Was jetzt? Achso, 2 Minuten. Oh, 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 oh! Willst du tot? Ich. Hau drauf! Ich hab doch 4 Arme. Jetzt setz sie ein. Oh, dann weiß er ganz gut. Nein, oh, fuck! Oh, komm! Mit L1 kannst du... L1 kannst du... L1 kannst du... Wurfanschliffe, oder? Oh, ich hab die gar nicht besucht. Ah, jetzt. Kommendation, ja, nimmst du jetzt weg. Wachst du reinkommen? Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Das ist schon Ewigkeiten. Oh, 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 ah, schade. Wie war das? Nur mal gucken. So, wieder da. Hey, willkommen! Zurück! Boah! Boah! Ich muss noch Cola rein. Boah! Ich hatte echt heftig. Da muss wieder Cola aufsehen. Tropfen Bier schütten. Guru versus Jason. So, bin ich gleich fertig gegangen, Alter. Noch mal? Ne, neue Kamera. Oh, Gott. Das wird schwierig. Ich kenn die ganzen Moves nicht. Musst du auch drauf gehen. Habe ich. Da. Jetzt. Habe ich! Mach ich doch! Das war Delay! Äh, Jan Delay? Jan Delay. Ich mach Skorpion. Skorpion. Skorpion! Ach, der hat, der ist ja auch. Der hat, der gibt es auch, Freddy Krüger? Nee, den gab es noch. Was ist das für dritten Kopf da? Ach, ist mit Lachen. Oder? Dritten Kopf! Döten Kopf! Grafisch ist aber echt geil. Schisch, scheiße. Schisch, scheiße. Oder egal. Jason krass. Der kann ähnlich sterben. Du bist ja eben schon. Oh, der sieht übel aus. Oh, jetzt macht er nur so scheiß Sprungangriffe. Oh. Aha, ein Trick weg. Oh. Ich suche hier gerade irgendwelchen Nuss draus zu kriegen. Oh, jetzt mit den Blocken weiß ich nicht. Oh, geil. Oh, was mache ich denn? Meine Rastet ganz aus hier, oder? Oh, geil. Oh, schönes Gemüse hier. Das war so wieder so geilen Zufall. Das ist R2. Ich habe geschickt. Hier unten den Streifen verlassen wir hier. R2. R2 und L2. Krass. Das war ich gerade ohne. Ich habe jetzt wirklich gar nicht gewollt. Boah. Ist das auch nichts weg? Boah. Das ist ein Spiel für die harten Nerven hier. Alter Schwede. Und da stehen die einfach wieder auf so. Ja, kein Problem. Wir sollen rausmachen. Der Jason ist ein bisschen hart vor, oder? So wie der läuft. So irgendwie so. Das wird irgendwie so oft das mit alles durch. Hey, schön die Kette. An der Karte hieß du. Du bist ein Killer. Mein Gott. Du gibst doch den Sack. Boah. Geil. Der Jason hat schon einen drauf, oder? Boah. Alter. Oh, shit. Hab ich jetzt schon zu schnell gedrückt? Ach, sorry Leute. Weil es im Dreieck waren. Bist tot, ne? Kann ich dich nicht nochmal aufstellen? Ich habe gewonnen, Leute. Mein erster Sieg bei Immortal Kombat. Das ist gut, der Scorpion. Sargent, bist du da? Weiß nicht. Jo, ich habe gedrückt. Wahnsinn. Ne, das ist gut. Nämlich den Frosty. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Frosty. Das ist auch geil. Boah, geil. Den muss ich auch mal generieren. Gut an, Junge. Ja, die klingen, oder? Die sind vulgo-wing-klingen. Das ist cool, Predator. Boah, ich liebe die Filme. Predator. Mit Arnold. Mit Arnie. Das war einer. Ja. Und das war ja auch gut. Mit dem Danny Glover. Das ist ja fast zu schade, die zu töten. Oh, grünes Bruder noch. Geil. Ich komme gerade überhaupt nicht da. Mach nichts. Ich komme mal mit ihm. Hallo? Ich möchte gerne... Geil. Da ist falsch. Ich fange doch noch rein. Boah, Alter. Oh, oh. Ich komme nicht klar nach. Boah, mein Kopf. Warum tust du das? Alter. Bei deinem Umgesprungen gibt es mir nichts zu sagen, ich warte. Du machst das doch selbst. Da hält sich die Bombe erst nicht mehr. Als Affe. Geil, unsichtbar, ich triff ihn nicht. Meine Fresse! Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen geflüchtet. Schau, keiner. Legt da einfach die Kontrolle weg. Ich kümmere mich schon an sich. Boah, geil. Das sind so übermächliche Moves. Oh, wirklich. Ach, schade, schade, aber gut. Anstrengend, ne? Mit deinem Umhüpfen. Ich meine auch. Ach, schöner X-Way jetzt. Boah, übel. Übel, 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 übel. Übel, übel. Schlag zwei Mal drüber. Ah, du Drecksau. Das zweite Mal abgeblockt. Gibt es doch gar nicht. Ah, komm. Ah, stopp, stopp. Wie war das? Mach mal... Pause. Pause Option. Sag mal schnell. Na, zwei halten und vier. Na. Ach so, habe ich doch. Nee, du standest drin. Ach, ich muss ganz nah dran, okay. Gut, ich habe es zum ersten Mal gemacht. Du hast eine Trophäe, Alter. Na, das ist eine Frage. Du hast eine Trophäe, Alter. Ja, weil ich so gut bin. Ich springe mal. Ich will vor die Hostasen weiter. Schade, dass sie nicht... Wann wird eigentlich ausgelost beim Gewinnspiel gewandert? Jetzt fragen schon so viele. Ja? Ja, sind... Warten wir doch, dass mehr reinkommen, oder? Was? Jetzt kommen denn noch mehr. Denn dann gehen alle. Meinst du jetzt gleich schon auslösen? Sollen wir gleich schon auslösen? Noch einen Kampf und... Ja. Dann machen wir auch auslösen. Dann muss ich ja... Wie mache ich denn das? Dann muss ich ja umstellen, ne? Auf Bildschirm. Machen wir schon. Lassen wir noch einen Kampf machen. Dann machen wir auslösen. Die wollen gehen, merkst du? Ja. Wollt ihr uns verlassen, Raiden? Das ist geil. Wollt ihr dann gehen? Nein, bleibt nur ein bisschen. Ähm. Ich hab Spaß. ... Junge ... Das ist cool, da. Das spielt WMG ... Das ist cool. Das spielt was. Bitte, Jade. Wer hat die Jahre? Du musst du, Jade? Ja, sei einfach zu... ... sei einfach zu lang. Ja, dann ist die Lädie, ja. Kommt alles ein bisschen später, tun wir es weil. ... Das spielt was. Ja, aber das... Raiden vs. Kobold. Ich muss eigentlich stärker sein. Auch ein geiler Typ. Alter, ich darf es gleich mal. Ich guck mal, ich mach mal was zu Ende. Der ist auch geil. Der zieht immer so... Boah, der Kampfsport ist geil. Er hat überhaupt nicht das Bild, Mann. Das hab ich noch. Du blockst dann nur noch jetzt, ne? Boah, schönes Ding. Boah, das ist mein Exo Echo. Boah, geiles Video. Boah, das ist mein Exo Echo. Boah, du bist richtig. Boah, aua. Du müsstest schon zweimal tot sein. Einmal oben im Himmel und einmal unten. Boah, was war das? Oh, Exo Echo. Boah, ist ja genauso schlimm. Boah. Alter Schwede. Boah, wie soll ich denn das eigentlich? Ich würde sagen. Das ist alles echt. 2-5 AP. Okay. Ja. Ohje. Ne, bleiben musst du dann nicht gewach werden. Okay. Halt auf. Ohje. Haha, wir kommen schon wieder oben. Ja, das sind alles ... ja ich renne hier und mache meine Kombo und guck mal so ein Ding Alter! Ich wollte irgendwie mal selber übergaben wie er sagt Ja! Wie schönes Ding! Der Blitztyp der sieht so geil aus, erinnert mir so ein bisschen an Diesen Second Thunder, der hat da auch so ein Blitzen Doch, was war der? Blitzen, man Neon Licht Ach neee Schon wieder mein Gesicht zerbitcht Diesen Tod, ey Zum Blitzen Und ja schon beim ansehen wie Spiel doch Doch Was bist du denn? Ich spür mal das Warum macht er Alter Alter Ach komm, ich will gewinnen jetzt, ich will mal wieder mein Tinnischen ziehen Jaays Jaja Jetzt nah ran Halte er zwei und vier Ha!!! Alter, die Augen Und der Kopf. Du musst den Kopf noch mal extra kaputt machen. Ey, ich hab schon zweimal gewonnen. Kaputt. Ich bin gut. Kaputt. Zwischen und Nacht. Kaputt. 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 Was steht da auf? G8. Und Matze, wie läuft das bei Ark? Achso, Gute Nacht. Oh, schlaf gut. Aber wir wollen jetzt die Verlosung machen. Also, wenn du noch Bock hast, dann bleib. Okay. Also, mein Vater geht auch schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schön. Bis 3 Uhr da geblieben. So, nun mal gucken, wie ich das mach, ja. Jetzt muss ich ja auf OBS. Ich guck erstmal, wie viel anfangen du hast. Und wie die Fragen richtig. Dann können wir ein bisschen quatschen. Wir gucken uns das an. Warte, da steht das. Bin schon off und die Bike-Dinger haben sich ausgelockt, weil sie wussten, dass sie nichts drauf haben. Achso, bei Ark. 3 Uhr, gut. Wie viel haben wir jetzt? 5. Okay. Hust. 1, 2, 3, 4. 4 Leute. 4 Leute. 4 Leute und 4 richtige Antworten. Also, alle richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also, richtige Antwort war mit Odin. Von Odins Test habe ich das gemacht. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Die Namen. Mal gucken, wie das nochmal ging mit diesem Zufall. Sollen wir dann gleich nochmal die 4 Leute aufrufen, die wir jetzt drin haben und die richtig haben, dass sie dann fragen, wer alles davon da ist? Das sehen die doch jetzt gleich. Ja, aber vielleicht sind die ja gar nicht da. Seien die doch alle da? Ja, weiß ich ja nicht. Du musst halt die Namen gleich sagen. Die wissen doch, wer geschrieben hat, oder? Die werden doch das wissen, wer uns geschrieben hat. Ja, aber die wissen ja, ob sie richtig geantwortet haben. Alle sind richtig. Achso. Okay. Ja, ich halte mich da aus. Ich gucke jetzt einfach mal entspannt zu. Ich will aber beginnen. Jetzt habe ich das natürlich. Ich möchte das so ein Bild mal. Die Verlosung. Zufallsgenerator nicht. Brauchst du das? Das Spiel kann man auch zu viert spielen, liebe Freunde. Zu viert. Na, guck mal. Der hat ja Zufallsgenerator blablabla. Kopf oder Zahl, Würfel. Zufallige Lündezahlen. Zufalliges Passwort. Ne, hier, ne. Deine Zufallszahl. Okay, wir machen. Jetzt muss ich erst mal rüber. Was ist denn, wenn du es auf einen Zettel schreibst, die Namen, und dann zerknüttelst und dann hier vor der Kamera vorführst, wenn du die selber ziehst, als da ein Computer ausrechnen lässt? Ist doch auch cool, oder? Weiß nicht. Ich glaube, das ist doch mal. Wir haben jetzt vier Namen. 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 Stücke? Weiß nicht, was ihr wollt. Könnt das auch so sagen? Es war ein spontanes Gewinnspiel. Deswegen haben wir das nicht durchgeplant, wie wir das am besten machen. Da brauchen wir aber auch vier gleich. Halt, stopp. Halt, stopp. Du musst mal wieder den Shattern machen. Ich zeige nichts mal. Achso, Entschuldigung. Was genau war das? Da. Ja. Vielleicht hast du ja Glück. Ach, das sah schon mal. Ja, da gewinnt schon. Vielleicht bist du ja gerufen. Zwei Stück. Also wir haben vier Leute. Zwei werden gewinnen. Und klaut ab. Der holt jetzt durch verschiedene Schere. Ganz schönes Delay ist da drin. Unkel ist schon eine halbe Stunde weg. Und ich sehe immer noch. So, jetzt haben wir natürlich, ja, das ist für dich totale Spielemast. Was ist alles? Okay, hier vier gleichfarbige Zettel. Vier gleich große Zettel, dass auch nichts weiterkommt. So, da haben wir einmal der Noxi, der hat mitgespielt. Kannst du schreiben. Der Noxi, der hat mitgespielt. Da, Noxi. Dann tun wir ihn rein. Kannst du machen, erst mal vier Haufen, dann tun wir sie weg. Dann mischen. Der Noxi, da, knült. Dann hat mitgemacht der Hunk. Der Hunky. Da, Hunk. Ich habe auch keinen Glück. Wo ist jetzt sicher? Aber so lange bei den Meer angekommen, bin ich glücklich. Ja, Matze. Da kannst du gleich Matze drauf schauen. Ja. Dann kannst du gleich Matze drauf schauen. Matze, Tatze. Ich misch die gleich, hier im Arm drin. Dann der Matze. Und dann fasst du hier rein, in meine Höhle. In die Hohel? Mhm. Ach Quatsch. Ich liebe dich. Steht da. Er hat ein Herzchen dahin. Ich liebe dich. Steht drauf. Was geschenkt? Von deinem Nachbarn? Süß. Süß. Süß, ne? Ich habe Nachbarn gesagt. Dann hast du Dokter gesagt. Dann habe ich gesagt süß. Wen hast du als drittes drauf geschrieben? Und der Satz steht Müller. Ich schreibe jetzt Müller drauf. Müller. Was hattest du denn da jetzt? Matze oder hast du das geschrieben? In den dritten? Ich habe alle jetzt aufgeschrieben. Alle vier. Es waren alle 16 Leute und vier haben gerade mal mitgemacht. Ja, vielleicht auch andere viele haben das gar nicht, das Spiel. Deswegen. Ich war ja im Computer zum Zocken. Nö. Hab ich also nicht. So. Ich will das nicht in deinen Händen. Doch, jetzt tu das hier rein. Schmeiß es in die Höhle des Löwen. Hier, ich halte es noch in die Kamera. Oh, Bottich. Bottich. Ja. Ja. Ich meine, damals auch ein Konzert gewesen. So, müssen wir das mal durch. Und ihr kriegt dann den Key natürlich per E-Mail. Wir warten nur, ob die bereit sind. Dann kommst du ein Herzchen. Ich hoffe, ihr magt noch mehr. Oh, das ist süß. Das ist richtig geil. Ja, wir warten halt meistens drauf, bis irgendjemand hier mal zu besuchen ist. So. Ja, warte. Schreibt mal alle rein. Jo, ihr seid bereit. Wer da ist von den Vier. Ihr habt euch ja jetzt gerade gehört. So, jetzt haben wir, also durchgemischt haben wir glaube ich jetzt gut. Die sollen eben, wer da ist von den Vier. Mal eben hier schon. Wie war das jetzt? Jetzt muss ich ja... Ich greife rein. Ich bin eine neutrale Person. Genau. Wir machen das mal so. Nee, dann bin ich schuld, wenn der da nicht dran ist. Dann greifst du rein. Hä? Das ist ein Gewinnspiel. Ja. Aber ich bin schuld, wenn ich die anderen nicht ziehe. Also, der eine ist bereit. Er ist auch bereit mit dem Herzchen. Einer fehlt noch. Auch da. Okay. Drei sind da und einer ist halt nicht da. Das ist ja der Noxy. Der stimmt. Also, ich packe jetzt rein für euch Leute. Also, ihr seht es von der Kamera. Also, ihr habt gemischt. Ich gucke auch nicht. Ach so, ihr könnt da noch mal reingucken. Vier. Sieht man das? Sieht man das? Vier Stück. Darf ich dann auch den Gewinner ziehen? Jeder zieht eine ein. Das ist noch ein Fährst. Danach mische ich. Ich packe rein. Musst ein bisschen kippen. Ich will auch nicht gucken. Aber ich komme sonst nicht dran mit meinen Fingern. So. So. Einen habe ich. Einer der? Ja. Ich komme auch mal rein. Ist schon die Kamera gehalten? Das ist wirklich total. Ich komme auch rein. Okay. Bereit. Ach so. Ich muss gleich ausbefinden. Ich hoffe du. Okay, ich habe einmal den Hunk. Oh hey. Der hat gewonnen. Sieht man das? Der Hunk. Du kriegst den Key. Ah. So. Und. Da hat die Kamera. Und der Herr Müller. Der Sergeant Müller. Ja. Der nie Glück hat. Die beiden die gesagt haben, die haben nie Glück. Oder? Waren doch die beiden. Richtig. Der Matze hat auch gesagt. Ja sorry Matze und sorry Loxi. Und Glückwunsch Sergeant und Hunk. Gerade neu dabei. Und direkt ein Key gewonnen. So. Und ich mache gleich mal hier. Schickst ihn per E-Mail oder? Ja natürlich. Kriegt er den Key. Äh. Wir meinen das wenn wir öfters mal so. Der Onkel der kriegt ja mal mehrere Keyes zu geschickt. Dann machen wir auf jeden Fall wenn wir live streamen zusammen. Machen wir wieder ein paar Gewinnspiele. Ne. So. Dann schicken wir. Der hat nicht gewonnen. Der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Antworten. Ich schick das gleich live raus. Möller. Komma. Dein Gewinn. So. Sgt. Böller. Ist raus. Und. Sauber. Er hat ja eh gefangen nach dem Spiel zum Netzplayen. Kannst zocken. Tut mir natürlich leid. Das Problem ist, dass How to survive so noch in der Early Access steckt, dass es mehr als zwei Mann nicht funktionieren. Schade. Wir haben es ja probiert. Deswegen wird auch dieses Let's Play mit einer anderen Konstellation sein. Und dieser Key. Der muss an den Hunk. Und einer ist an mich. Ja. Du an den anderen. Ich habe auch gewonnen. Wer ist es denn jetzt? Ich wurde sofort gezogen. Das ist der Hunk. Hoffe ich für dich, dass du richtig schickst. Ja. Sagt sich jemand anderes. Den müsst ihr aktivieren unten links bei Steam. Einfach bei Game rein. Key eingeben. Herzlichen. Und dann habt ihr es. Glückwunsch. Hunk. So. Ganz schnell und bündig. Zack. Alle beide raus. Alle beide Kies raus. Schauen wir mal was zu schreiben. Ich will mal gern sehen. Jetzt können wir es gucken. Danke. Warum hat der denn die Nachricht gelöscht? Keine Ahnung. Er hat vielleicht irgendwie über so Leute wieder groß geschrieben. Aber ich gebe Matze meinen Key. Achso. Wer? Der Hunk. Ja. Das kannst du ja machen. Wie du das möchtest. Kannst du ja machen wie ein Dachdecker. Ich habe dir jetzt den Key raus geschickt. Mhm. Okay. Sehr nett. Wie gesagt. Schaut bitte mal euer Ebay-Passfach. Ob ihr es auch drinne habt. Sonst schickst du es einfach weiterhunk an Matze. Dann Matze. Glückwunsch. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Vielleicht wegen dem PC oder? Aber müsste eigentlich funktionieren nochmal. Ich hoffe ihr freut euch. Punkt. Du bist doch auch nicht Matze. Nee. Ich hoffe ihr freut euch aber. Na klar. Ein kleines Gewinnspiel. Du als gleiches Dankeschön. Die Verlierer. Jetzt die Lose. Nee. Es gibt keine Verlierer. Es gibt nur Gewinner hier. Genau. Also ihr habt ja alle richtig geraten. Eben. Und ihr habt noch ein gratis Handy gewonnen. S5. Ich schick's morgen für Post. Das ist dein Arsch. Entschuldigung. Ich dachte das hast du hingelegt zum Verlosen. Wir haben noch Taschentisch jetzt zum Verlosen. Müsste jemand einen dummen Schüler haben? Einen dummen Schüler. Wo? Hier. Muss denn der? Was? Nein wir haben noch einen dazubekommen. Sechs. Siehste. Jetzt kommen sie wieder. Aber die Losung ist vorbei. Vielleicht wollten die das Handy haben. Ist denn drei Minuten drauf? Was ist denn drei Minuten drauf? Ja. Keine Ahnung. Danke. Es sind drei Minuten drauf. Das Spiel schon. Vielleicht runtergeladen. Achso das Saatchen ist schon am Saugen. Cool. Ja. Hat funktioniert. Sehr schön. Letzte Key ist dann ne. Ich wollte eigentlich drei verlosen aber das Saatchen sag ich schon. Ich hab nicht genommen. Aber wir machen das Ding drauf. Aber der ist so geizig. Der wollte lieber uns selber haben. Du Sack. Ja jetzt bist du da oben aufgeschmissen ne. Ne, ja das ist ja dann ganz logisch ne. mit ihm werde ich nämlich das Let's Play machen, dazu. How to Swipe, freu mich. So, okay. Ja, machen wir noch was, ne? Was wollt ihr sehen? WWE, wollt ihr kommen in andere Spiele? Kannst du Call of Duty ein bisschen abballern? Du hast ja eins, ne? In Call of Duty, wie willst du das machen? Geht das? Ja, klar, auf Switch, äh, Blitzstream. Geht das? Ja, hab ich auch gespielt im Gummel. Wird dann so geteilt und dann bist du oben und ich unten. Haben die da auch gemacht bei der Challenge. Wir sind jetzt drin. Bin ja nett. Ja, ihr seid alle nett, alles cool. Wegen dem. Ja, hab ich dann nochmal Zeit, kurz aufs Klo zu gehen. Ihr überlegt euch, was ihr sehen wollt. Wir zocken's. Können auch ein bisschen quatschen, fragen, wenn ihr Fragen habt. Kein Problem. Richtig. Können wir ein bisschen entspannen, ein bisschen quatschen mit euch. Lassen wir einen Hintergrund vorne laufen. Haben wir Spaß. Ja, klar. Äh, na Bier. Können wir gleich mal laden. Sehr cool. Sehr cool. So, haben wir auch ein kleines Gewinnspiel mal reingebracht. Möchte einmal den Jade-Fatellite sehen von Jade. Möchte einmal den Jade-Fatellite sehen. Da muss ich doch nicht... Versteht ihr? Da muss ich doch nicht... Da muss ich doch nicht... Boah... Mein Jade wird gleich am Fenster. Kommt, Zeit läuft ab. Was? Zeit? Ne, zum Figuren auswählen. Jade, wo ist denn Jade? Jade, was willst du? Welche Jade? Sorry. Vielen herzlichen Dank, Xander von dir. Ja, sehr cool. Was ihr mit den Kies macht, ist natürlich euer Problem. Eure Sache. Welche Jade, wen meinst du denn? Deborah? Nee, Jade, Jade, Goho, Tremor. Tanja oder was? Nee. Jade? Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch noch mal auf die Hütte. die mit der Stange. Kommen wir mal hin jetzt, Schuss Oma. Meine Fresse. Was machst du? Boah. Da brauche ich zu lang. Das war die Katze. Nein, das ist dein Schlappen. Ich kämpfe gleich mit Onkel, ja? Machen wir gleich einen Live-Fight hier. Was ist der Hau denn? Hm? Ja, ja, komm ruhig. Ich will den Onkel nicht verletzen, ich habe nämlich Angst um ihn. Heute auch. Da ist er fast zusammengebrochen, wo ich ihn im Arm genommen habe, ja. Und ich bin ein Zentimeter größer. Was steht da? Ich habe meinen Gameplay angesehen, nicht so meins. Von was? Die mit der Stange? Okay. Ja, euer Gespräch, okay. Die mit der Stange. Wen nehme ich denn? Kann ich mir in den Osten? Ich würde gerne mal gucken. Jason, Predator, Schiff. Comkiller. Ach ja. Eng mich doch, meine ich immer so. Du sollst mit der Stange nehmen. Welche Stange? Wer hat denn eine Stange? Keine Ahnung, eine, die Yara ist. Trainer, Waden, Ferra. Cool. Ach, das ist der Ende durch. Webteil. So gut kennt ihr mich jetzt auch nicht aus. Rübertan. Geh ein bisschen rüber, ich habe keinen Platz. Ich bin an der Heizung. Ich auch. Mit der Heizung. Ich will aber näher. Ja, besser. Jetzt ist der Zeitplatz. Boah, wen meint denn der? Du sollst, du sollst Predator nehmen. Ich? Ja. Danke. Okay. Kitana war die mit dem, warte? Welchen? Es gibt Jäger. Die hat die. Und Kitana hat auch keine, die hat auch diese, die hat auch diese eben, diese, diese Raphael nicht. Soll ich den, ähm, Fisch-Q10 mit der Plasma-Kanone nehmen? Den Predator? Plasma-Shoot und Plasma-Custom. Balla mal Plasma. Ja. Da meint die bestimmt ja, oder meint die bestimmt die. Wäre das FIFA gewesen, dann hätte ich es genommen. Ach, FIFA wollte ich dann sagen. Kann ich den mit Plasma nehmen, den Predator? Ja. Ja.